hallo zusammen und willkommen zurück zu solaris leute ich habe euch gehört wir machen also weiterhin die komplette folge okay ich nehme es ja sowieso auf und daher das ist kein problem und ja diese diese kleineren und diese kleineren völker zu integrieren ich habe das gar nicht gewusst dass das so richtig geht um ehrlich zu sein von daher arbeiten wir daran arbeiten wir dran wir werden sie alle zu uns holen wenn es möglich ist haben wir welche die seiten der renaissance wortfähiges alter schaut mal können wir da was machen diplomatie ja die wollten immer ein observationsturm haben das haben wir schon gehabt na gut wir gucken mal also wir versuchen selbstverständlich zu holen knowledge sharing okay at the request of argillianische es halt ein englisch vom feinsten hedonistik we have been invited to join a host of notable leader military experts and scientists as part of an exchange of knowledge and culture at a conference on nelfia this will be an opportunity to represent verilige föderation der planeten and rebuild the relations with the argillianische hedonistik should be warned to jetzt machen wir und das machen wir auch gleich als special project hier wo machen wir brauchen wir jetzt ein wissenschaftsschiff vor ort wir gehen mal hin haben wir ein wissenschaftsschiff in der nähe haben wir nicht der wird darüber geht aber dass der wird das mal probieren und dann sehen wir weiter ok cool wir haben etwas erforscht und könnte jetzt weiter forschen was machen wir schwere traillium panzerung auch gut oder schwere traillium panzerung ist nie verkehrt aber wir haben momentan einfach glück heute träger geschwader schaden und feuerrate gut aber hier hättestens klasse konstruktion arbeitsbien präfer punkte panzerung plus fünf prozent rumpfsteige schiffe bis fünf prozent was machen wir mal so und wir haben aufstiegsvorteil leute ihr habt mir noch nicht gesagt was ihr euch da gerne vorstellt ja gute frage wir gucken jetzt mal was wir machen also die ja da haben wir halt eben wieder viele stern basen kontrolle der lehre ja wir haben doppelt so viel macht projektion wir haben das letzte mal nachgeschaut wir haben momentan zwei dann hätten wir vier macht projektion hätte einfluss hätten wir zwölf einfluss wäre auch gut wenn wir sagen wir möchten mega strukturen bauen aber möchten wir gar nicht unbedingt muss nicht sein hier schaut mal schaden gegen das sport kollektiv plus 25 prozent ist dann halt schon wichtig mal gucken freies unternehmen fand ich auch gut wegen der ressourcen produktion im handelswert da kann man ein freies unternehmen boom nicht so lange schnacken koppenacken oder so ähnlich so der senior ambassador sarik hat eine neue stufe reicht stufe vier fähigkeit vier okay was machen also hör zu pionier wachstumsgeschwindigkeit der bewohner plus fünf prozent hoppla hier wird der visionär da kriegt der unterhaltbewohner minus fünf prozent reichsweit ja handelswert plus fünf prozent und bewundung von dienstleistungen minus fünf prozent gut und gesamter also diplomat quasi ambassador unterhalt minus fünf prozent einigkeit von herrschern plus 0,1 okay weiß ich jetzt nicht so genau unterhalt gebäude distrikte minus 20 prozent gebäude und distrikte minus 20 prozent auch nicht schlecht eigentlich oder aber gut er ist 118 er ist 118 leute weiß ich so genau er ist 118 okay ich fände halt diesen erfahrungszuwachs anführer fände ich halt mega stark für ihn jetzt persönlich natürlich ja er ist pionier auch wenn wir jetzt ihn als ratsmitglied hätten dann hätte er reichsweite fähigkeiten wäre wahrscheinlich stärker gewesen ist egal ich fand es gut so ich frage mich wir haben doch wissenschaftsschiffe gebaut oder der wohl nicht gebaut gut weiß halt nicht wo die boy kommen würden wir kennen ja jetzt hier schon alles ja die ecke hier oben kennen wir halt noch nicht außer der wort theokratie bis zur karimann stiftung aus die kachel kachelmann stift hier kommen wir könnten den jod aliens könnte man erst kontakt mal machen die fantomar domäne ja wir auch wir könnten aus dem auch mal wieder reinschauen wie schon mit unseren bekanntschaften aussieht wollen wir gehen wir eigentlich immer bisschen nach den planeten ja mit denen könnten wir was machen und 13 planeten könnte man eigentlich machen federation gründen braucht ausgezeichnete beziehung die föderationsgründe föderationsgründe ist ja schon mal immer gut aber fendomar da haben wir auch fendomar und verbessern da jetzt mal die fendomar staaten die sind immer momentan momentan im krieg na gut die geroniten da gab es ein bisschen schlecht mit denen da wird das auch alles schlecht und die die regalanen sind im krieg tiburon ja die könnten wir jetzt mal die könnten wir jetzt mal fragen wie es aussieht ob ihr bock hättet hätten sie nicht außer wir sagen jetzt kommen wir machen mal ein forschungsabkommen ja das migrationsabkommen können wir sagen ja ihr vertrauen erhöht sich monatlich um 0,27 ja und machen leute es war so ein brutales gewitter vorher es war kurz aber es war so heftig und ich glaube es war einer der lautesten donner ever die wir jemals jemals hatten steve buchanan diente dem reich vor 66 jahre er trat zurück aber steve steve buchanan gestorben oder was da kommt jetzt irgendetwas noch grad ja peta set ist gut gelaufen so befehlslimit flotte plus 50 die einführung einer gemeinsamen formationsterminologie unter unseren schiffen wird uns helfen uns besser an die arbeit den großen zusammenhängenden formationen zu gewöhnen eine gemeinsame formationsterminologie soll das heißen ihr habt früher gesagt wir machen eine adlerformation und eine pfeilformation gab es da nicht oder oder was oder wie muss ich mir das vorstellen privates kolonieschiff was denn das 800 muss immer möglich sein der bauer zusätzliche rumpftücken offering the thrill of adventure and incentives to those brave enough to take on the new frontiers of space allows for more resources to be given to this path ja auch gleich so weit ein monat und dann hat der lacht so freundlich das ist doch nett ist seriöse raumfahrer geinen oder was geinen südchen und das sind die rastas könnte ja auch ein piraten tentakel sein alles gut die kaffee da ja da war er da war er an bord hier haben wir jetzt aber keine arbeitslosen natürlich haben wir arbeitslose natürlich wir nehmen forschungsschiff effekt ja komm du bist auf dem forschungsschiff gehen mal upgraden meine liebe ein bisschen arg weit weg oder ich gehe nicht upgraden macht die automatisierung weiter läuft soweit sieg wir haben gewonnen die prien ist schon lange her also prien haben wir den letzten kampf gesiegt sie waren hier da haben wir gar nicht so viel gemacht wir haben hier ihre die lorianer mehr eingenommen hauptsächlich komischerweise das lorianische fürstentum enthält 100 einfluss komisch oder die tiburin haben gesagt das passt ihnen gut rein dann ist gut minus 33 seht ihr wird schon besser ja leute wir sind die guten und ihr wisst das wir haben das geld ok neue forschung was haben wir jetzt freunde ach so ich habe jetzt also ja ich nehme gar nicht so viel auf weil ich habe laufen x4 gespielt jetzt ich habe x4 immer gemäßt ich habe es versucht und es ist halt so brutal jetzt muss ich da einarbeitet so richtig brutal es hat mich oft so angekotzt dass ich dann gelassen habe wieder jetzt habe ich aber gedacht nein ich mache es jetzt ich mache es einfach und ich mache es und es ist cool es hat durchaus seine sucht berechtigung aber viele wie soll ich sagen aktionen die funktionieren einfach nicht und das sind auch gar nicht erklärt und ich will ja nicht immer nebenher nur youtube videos laufen haben um spiel zu spielen das da fällt es mir dann so schwer das ist schon cool ja aber jetzt weiß ich auch nicht also ich glaube nicht dass ich mich jetzt so darauf einlassen werde ja glaube ich nicht weil also mir fehlen jetzt die letzten beiden dlc sich immer so gekauft nach und nach aber es reizt mich nicht weil es braucht alles dermaßen viel zeit und es ist so und so undurchsichtig ich habe zum beispiel oft mir so einen mineralien schrift auch besorgt ja dann hat er auch mineralien gebiet so aufgedeckt und alles und dann habe ich dem den befehl gegeben also mit piloten allem mineralien abbauen dann verkaufen ja halt haben sie hatte nie gemacht ich habe so oft probiert haben die nie gemacht und dann war die story irgendwie kacke mit diesem weltraum kathet das war alles schön und gut soweit und auf einmal macht es bumm und ich bin in einem ganz anderen sektor abgeschnitten von der ganzen welt und ich habe das nicht was da der warum wenn ich jetzt das gerade mal so geblickt habe als anfänger jetzt ja muss ich jetzt in einem ganz anderen sektor dann meine eigene station aufbauen da brauche ich irgendwelche teile dafür er geht nach er geht nach cloud nebula ok ja und und das war mir alles das war blöd sorry ich muss echt sagen das war das ist der abtörner jetzt für mich gewesen genau dann halt wenn da nicht gespeichert wird ja ist auch blöd also keine ahnung ich werde mir ding angucken elite dangerous noch ja aber vom prinzip her ist x4 perfekt ja das ja quasi wie eine art online kannst handeln du kannst alles mögliche machen da irgendwelche gelikte oder sowas finden und öffnen und du kannst bergbau betreiben all die sachen die man nicht online auch machen kann aus der ego perspektive und hat ein eigenes imperium aufbauen das sind alles sachen die dermaßen toll sind sind richtig gut aber es tut mir echt leid die umsetzung ist halt einfach blöd so jetzt haben wir brett anderson gerade eben bekommen den könnten wir jetzt als admiral einstellen genau sperr und aggressivität ja komm wir machen wir nehmen wir heißen ihn aber auch zu noch flotte hier da können wir da können wir hinzuweisen gar nicht mal so kleine flotte sehr gut okay virtueller forschungs assistent forschungs alternativen plus 1 wissenschaftskonsole um unseren wissenschaften mehr möglichkeiten der forschung zu geben haben wir einen virtuellen assistenten entwickelt und aufgebaut dieser assistent ist in der lage unsere bisherigen forschungsprojekte schnell zu analysieren und die besten entscheidungen für das nächste projekt zu treffen ja cool also in unserem fall er sucht sich entscheidungen raus und wir werden es dann schön selber in auftrag geben was wir machen haben möchten und was nicht wir machen die facer typ 3 mark 3 handelsrouten die lokalen behörden auf earth haben um zusätzliche unterstützung gebeten um ihren export von verbrauchsmaterial zu steigern wir sollten ein team entsenden dass die handelsrouten sichert und die produktion von vorräten auf dem planeten verbessert übrigens leute star trek strange new worlds staffel 2 folge 8 war wieder mega mega geil mit dem klikonischen diplomaten und so weiter leute also die machen da was ganz tolles aus der serie und was mir halt auch auffällt ist dass der captain pike hast du doch dass der so im hintergrund steht der ist überhaupt nicht die hauptfigur der drängt sich gar nicht nach vorne der ist eher so ein bisschen dort lulli und kocht viel so was ja also fast schon ein tick zu viel da könnte ein bisschen mehr autorität ausstrahlen aber es ist so toll gemacht es ist richtig gut es ist toll heute toll 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 so also hört team wissenschaftler team admiral bautrupp wir machen wir machen admiral weil admiral haben wir halt auch schon und halt auch schon dort er untersucht verlorenes schiff alles klar dann musst du mein freund das spezialprojekt hier untersuchen schon okay erst kontaktereignis ausstehend schwer fassbare fremde feindlich die jod aliens sind feindlich hier oben ist unsere truppe übrigens genau die kehren alle zurück aus zum schlachtgebiet die kamen von hier und von dort mal gucken wie groß ist es schon richtig groß und ich kann mir vorstellen dass das mit pc ist mit geringerer leistung grad cpu mäßig das richtig ab werden kann eventuell gut der zu rei staatenbund auf den schirmen materialistisch fanatisch materialistische entschuldigung ok 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 meine lieben freunde necro cloud nebula haben wir doch was gut hier können wir jetzt einiges bauen wir können bajorana hinbauen wir können betasoiden hinbauen können wir auch menschen eigentlichen wo können wir auch machen so machen wir doch wieder mal eine menschliche kolonie draus fände ich jetzt nicht verkehrt und da haben wir trellium d nimm mal die trellium d drei stück ist jetzt nicht schlecht um ehrlich zu sein warte müssen wir gucken trellium d plus eins dann hätten wir verkaufen wir trellium d können wir trellium d verkaufen ja wir haben trellium d aber wir verkaufen keins dann könnten wir es vielleicht verkaufen und schaut mal 40 ich habe mir das gedacht schon ich habe mir das gedacht wie gut das läuft ist ja unfassbar gut ja dann machen wir einen kleinen reibach mit trellium d ok häuser von betaset in die föderation einladen wir glauben dass hier ein ok 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 moment das möchte ich jetzt wissen was passiert ja wir speichern und dann stimmen wir zu stopp und was passiert jetzt wir sind jetzt im pan galactic pakt da sind die betasoiden alle mögen uns wir sind die stärksten flotten mäßig richtig stark technologisch abends ist ja ein witz so und können jetzt jetzt wir spielen mal ein bisschen gucken ob es da auch diese rats geschichte gibt das müssen wir halt wissen ob wir sie nach und nach eingliedern können ok das müssen wir halt wissen das wird uns weiterbringen dann ok knowledge sharing despite the best efforts of the hosts there was little who think found to be of any real benefit schon klar also die profitieren ja von uns so sollte es ja auch sein das ist gut aus soweit und ich spitzen mäßig abgegratet sind wir auch ja leute jetzt läuft wie unsere schon mal na gut auf einmal haben wir wieder minus energy credits ja untersucht das verlorene schiff und ich trinke ein stück dann gucken was passiert der schwarm beim eintritt in den orbit von altamid entdeckt die vereinigte föderation der planeten unter kapitän daniela riverus das ist mal konkret aber vielleicht habe ich mich jetzt irgendwie getäuscht naja daniela riverus ok daniela riverus und äh daniela riverus ist die premier ministerin ok also da stimmt was nicht ganz das wie ein schiff von enormer größe aussieht das von anderen von der anderen seite des planeten in sicht kommt alte sich als sich die form nähert wird schnell klar dass dies tatsächlich da sieht man nicht kann ich lesen dass sie tatsächlich aus hunderten kleinerer schiffe besteht die in enger formation fliegen ein signal wird vom schwarm gesendet es ist kapitän karaputapa die vor jahrzehnten mit dem raumschiff franklin verloren geglaubt wurde es die gesichtszüge von ihr sind verdreht und die sprache undeutlich als sie ein drogen an die vereinigte föderation der planeten schreit oder rache schwört weil sie die crew von ihr und ihr auf dem planeten verlassen hat alter mit unten mit einer flotte uralter drohnen die auf der welt begraben wurden ja die muss gestoppt werden jetzt stoppt aber wir haben ganz ordentlich wir könnten es sogar erwähnt zu el schaffen aber das ist nicht sicher ja gut er macht die versorgungs operation da ist gerade blöd irgendjemand anders da der kommen könnte niemand in der nähe hat er okay nicht der ernst leute nicht der ernst malcom read rescued from destruction malcom read in jeder einzelnen schlacht in der er teilnimmt jeder botschafter tagung in der er teilnimmt ging immer schon in die hose wo ist unsere flotte hin komplett vernichtet oder was was war das für ein kampf ist das ein witz jetzt nach der niederlage von endfleet durch alter mitswarm haben analysten von earth eine schlüssel schwäche in der koordination des schwarm identifiziert eine übertragung mit hoher amplitude könnte dem schwarm theoretisch vollständig zerstören was für ein kampf war das denn haben wir auch ein bisschen schaden gemacht wir haben schon schaden gemacht und die haben uns halt weg gemacht mal geschwind die hätten den melken read einfach der gute es halt hält da haben wir doch nicht darauf fünf jahres müssen schicken können oder naja den hätten wir auf jeden fall sage ich mal wir haben eine wissenschaftler und forscher gebraucht der held ist er hätte ihn abschließen sollen leute ganz einfach dazu müssen neue schiffe bauen das macht das private kolonieschiff was ist denn das serenity klasse verstehe ich gar nicht kolonieschiff okay privates kolonieschiff ich verstehe den sinn nicht was macht das private kolonieschiff weiß das jemand von euch wäre mega interessant leute so schwerer kreuzer vier federations klasse baum ein warum man davon welche und auch ein paar leichte kreuz oder so leute ja halt hat und wo ist jetzt das moment moment und wo ist das situationsprotokoll schwarm unterbrechen verfügbar und zwar auf der stelle muss das erforscht werden im einsatz vermisst uss danube ich also ich habe so verstanden die sind alle alle verreckt komplett naja gut die medus sarnia sind egalitärer geworden und wir haben mehr einheit im verwaltungsdistrikt jetzt das gut kein fehler nahrungsmittelspeicher alles nicht so wichtig kulturelles forum kulturelles forum ist aber nicht schlecht monatliche einigkeit ist halt auch nicht schlecht kommen wir machen die monatliche einigkeit und das haben wir hier unten mineralien produktion pro industriegebiet auch nicht so schlecht ja ganz nette sachen aber ja schaden plattformen bis 15 prozent auch gut kommen wir machen tatsächlich mal die schaden der plattform erhöhen wir ich glaube wir haben gar keine plattform weil diese kleinen dinge die wir da haben die man mit diesen immer mit denen weil wir heißen die duranium platten baut ich glaube das sind keine das sind keine plattformen oder verteidigung spot das hier sind plattformen glaube ich und das sind aber echt so kleine raumstiefchen oder so glaube ich ob ich das verstanden binär domänen die evangelistischen zeloten rebellierte gegen die binär domänen gut wir müssen immer noch schauen ob unsere föderation hier jonathan archer ist verstorben gouverneur jonathan archer die dem reich 65 jahre lang lebt jonathan archer werden die nie vergessen er war unser steuermann quasi mit der hat hier ist der enterprise nix 01 kommandiert und hatte auch eine rolle gespielt im angriff als die erde zur hälfte weg gebombt wurde damals von den wie hießen das die noch mal also als ja diese bomben geschickt haben zu uns und die tatsächlich durchgekommen sind ja und dann später ist er gouverneur geworden und hat uns anderweitig unterstützt war super super und jetzt hat er eine ein loch hinterlassen quasi sag ich mal schon jetzt haben wir keinen auf der auf der erde haben jetzt ein anführer könnten ein rekrutieren entweder hier und uns oder von tagra 4 sektor im mitgliedsfeld der föderation die wäre botschafter vermute der waffenhändler nicht ganz so gut er wäre auch botschafter er ist 37 sie 27 dann nehmen wir sie von der mitgliedswelt gott wer polos wird das hier übernehmen ok naja fehlt uns schon und das macht schon fehlt uns schon so jetzt gucken wir mal ja die fliegen jetzt hier rum wir werden jetzt hoffentlich hier nicht irgendwie auf den putz hauen hängen sie tun neue stufe erreicht ok intellektuelle spionage nach dem gewinn eines bodengefecht als angreifer chance technologie zu stehlen fünf prozent wir haben die beste technologie wir brauchen keine 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 spionage da das ist blödsinn kreuz ritter er in jedem jede in einem gefecht besiegte armee vereinigte föderation der planeten einigkeit plus 25 ok diese anführung schreckt vor keiner schlacht zurück je mächtiger ein feind ist desto größer ist seine freude über den sieg oder schwergewicht armeeschaden plus zehn prozent ok dieser anführer setzt darauf bodenschlachten mit total dominanz zu gewinnen machen kreuz ritter habe ich halt nur echt angst die kommen darunter das könnte blöd werden romulaner gegen bullianer krieg an dorian ich komme jetzt möchten sich wehren da wird nicht viel laufen bringt doch dinge hier raus ja 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 keine chancen ja also die haben doch ein bisschen abgenommen aber eigentlich wurden unsere leute nutzer fetzt 170 tage noch ach so stopp können auch noch mal ich auch ein bisschen blöd dass man das hier nicht so gut zieht wir können noch mal barna star gehen und bei barna star können wir uns das museum angucken mit dem museum können wir reden jetzt können wir sagen aha möchten wieder was in betrieb nehmen wir nehmen immer grundsätzlich alle in betrieb ich glaube wir haben ja auch schon alles oder was es nicht alles gibt eine flotte ein modden walter riley ist zu bearbeiten ja komm die xin die arboreal flieht die mutten wir ein flied ufo mothballing hat das marine museum der sternflotte erreicht und die besatzungen sind von bord gegangen und wurden neu eingeteilt in die nächsten wochen und monaten werden die ingenieure der sternflotte damit beginnen die systeme zu entfernen und die gegenstände an bord der schiffe zu verpacken verpacken motte die flotte ein ja die das ist rum das ist nicht mehr relevant und genauso kann ich mir vorstellen dass andere sachen auch nicht mehr so relevant sind zum beispiel keine ahnung dass irgendwelche raumschliffe einfach wieder hier rumfliegt dass manche sachen nicht mehr so abgegradet werden können dass sich rentiert 10.000 flotten depot gut aber die übernehmen wenigstens nichts die machen nur nur offen putz und hier ist täglichen wir jetzt die kolonie leute 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 gut pulsfaser banken 3 typ 3 autofeuer salvenfaser typ 3 ist sehr gut polarisches ionen kraftwerk ich glaube das haben auch schon das letzte mal gehabt und nicht gemacht das passt schon jetzt kommen wir modulierter faser 2 ja es ist immer wichtig bei star trek zu modulieren sollen wir gleich auf drei gehen auf vier wir gehen wir gleich auf die vier kriegserklärung noch kardianer und turei also flaggschiff erwartet eine neue drei jahres mission das machen wir und jetzt haben wir doch ein oder center ship to prepare center flagship in der hero machen wir stop pause 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 wir uns das mal an drei jahres mission zur wissenschaftler ein elite admiral wissenschaftler hält und ich glaube das haben wir jetzt ein wissenschaftler mit hält oder jetzt haben wir einen wissenschaftler mit hält jetzt gucken wir mal kurz wissenschaftler sind sie robert april das ist ja okay das ist ja und was brauchen wir noch wir brauchen unser forschungsschiff wir brauchen die enterprise oder wer sich am arsch der welt befindet wann kommt an in 700 jetzt kommt er in 700 tagen zurück auch wieder geil oder 900 tage haben wir zeit ok schaut mal wir können jetzt beitrittsgespräche starten also mit hoher intensität betasoiden also es hat geklappt wir können die wir können auch eingeladen werden in eine andere föderation die von ihnen heraus übernehmen gut das finde ich doch gut finde ich doch gut ok ok wie nicht dann ist ein xenophiler wissenschaftler von erfähren was möchte das kann sie machen archäologe es gibt ja keine archäologischen städten da fällt das schon mal weg ähm forschungsgeschwindigkeit anomalie fällt ja auch weg in gewisser weise nach blödsinn oder ich habe es zumindest noch nicht erlebt dass wir was in der richtung gehabt hätten gottenkampfstatistik naja gut Staatsagenda ist bereit sich entwickelnde gesellschaft jawohl monatliche einigkeit plus 40 prozent was machen wir jetzt beziehungen aufbauen oppose the borg aha anfänglicher schaden gegen das borg kollektiv plus 10 prozent wir kennen noch keine borg von daher ach man leute 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 ja das ist alles blödsinn hier offene arme ja entschuldigung beziehungen aufbauen machen beziehungen aufbauen ja so leute ja das war es für diese oh wir haben ein problem wir müssen nein ich tapp wie dumm bin ich aha wir müssen verbrauchsmaterial verkaufen ok leute ey falschen knopf gedrückt ist mir schon mal passiert das ist so ärgerlich blöd naja gut ok wie der anbojutsu das kennen wir alles schon wir machen es mal ok nach einem intensiven kampf wurde captain doris farnsworth von mackenhurst besiegt der den titel als flotten anbojutsu champion behält ok sonst wurde er gewechselt bis jetzt jetzt hat er es mal behalten lebensdauer lebensdauer anführer minus zehn jahre erfahrungszuwachs minus sieben prozent ganz ganz toll doris farnsworth ist im einen tja meine liebe doris farnsworth ist jetzt vielleicht nicht mehr die optimale besetzung für unsere flotten das leben weiß doch man muss es halt mal angucken hier einfach mal an bord von dem hier das passt dann schon der schwarm so jetzt hör zu wissenschaftler auf earth haben erfolgreich eine signalmodulation und frequenz identifiziert die die koordination des altamidschwarms stören wird er wird nun bei allen zukünftigen begegnungen mit dem schwarm eingesetzt ja wohl schaden plus 200 prozent wir sind die borg senken sie ihre schilde und ergeben sie sich die existenz wie sie sie kennen ist vorbei Wir werden ihre biologischen und technologischen Charakteristika in unseren hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen, um uns zu dienen. Widerstand ist zwecklos. Wir werden uns nicht ergeben. Wo sind die Borg? Wo sind die Borg? Borg.